Für die Fans von ihren Stars, mit den besten Musikshows, angesagtesten Charts und größten Live-Events. Komet, das Medienereignis der nationalen Musikszene. Hier haben die Fans das Sack. Sie entscheiden, wer Deutschlands beliebtester Musik-Act wird. Die Street sagt, was läuft. Die besten Dance-Tracks direkt aus den Clubs. Clips von gestern für die Fans von heute. Nee, hast du. Hat er nicht. Ey, Nadine, das sind kleine Schuhe. Das sind Kulturen. Wasta.tv. Sieben Tage, 24 Stunden. Was da drin ist? Ganz nah dran an den Stars. Bühne frei für die besten Acts. Wie geil ist das denn? Blitzlicht. Glamour. Ich such nach Mädchen mit Köp. Tyra, übernehmen Sie. Das ist der einzige Mann in einem Welt voller Frauen zu sein. Oh, Schleimer. Ohne mein Traumdate gehe ich nicht nach Hause. Du musst alles aus dir rausholen, um deine Träume wahrzumachen. Hallo. Haut nah und hinter den Kulissen. Wir sind uns sehr nah. Es geht auch nicht anders. Wer ist der Chef dieser Gude? Cartoons Art bei Weaver. Sehen wir mal, was es gibt. WG mal anders. Gemalt und in Farbe. Na schön, ich werde es dir zeigen. Der ganz normale Wahnsinn. Hau rein. Hau rein. Was hast du vor? Nein. Wer kann bei diesen fossierlichen Tierchen schon Nein sagen? Auf den Federn, Vollpitz. Futurama. Willkommen in einer neuen Dimension. Ihr befindet euch im Jahr 3000 und sitzt hier dumm rum. Ich find's cool. Ja, mir gefällt's. Ja, mir auch. Wooo. Yeah. The seven months I like about you. Stars, Shows, Musik, Emotionen und jede Menge Leben. Das alles 2009 bei Viva.